Was ist das denn so? Das war ein richtig guter Lauf. Früher hat er viel gespielt und eingelogen. Was ist das denn so? 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 Jawohl! Und genau so wollen wir das von den Namen herrschen. Florian Gatt und Alexander Schmerz, als Fittschüsse-Gugau, 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 alsnox- Das ist jetzt ein Ding. Ich glaube, der Einzige, der das an diese Griffe hat, aber da gibt es auch diese Traum. Das ist jetzt ein Ding. Das ist jetzt ein Ding. Das ist jetzt ein Ding.